Guck mal, ob der Ömmel ein Ei gemacht haben möchte. Ja. Warte. Upsi, jetzt sitzt er erstmal auf meiner Schulter. Warte, wir müssen langsam machen bei Ömmi, ne? Erstmal ein bisschen gucken. Ja. Jetzt mal ein bisschen den Ömmi gucken. Du bleibst mal da oben sitzen. Oh. Mundi, die streckt sich. Jetzt werden sie hier langsam alle wach. So. Oma holt den Ömmi nochmal. Pass auf. So, der Ömmi ist noch ein bisschen zappelig heute Morgen. Komm her, Ömmi Bär. So, warte. Dauert einen kleinen Moment. So, guck mal. Jetzt hat Oma den Ömmi mal in der Hand. Jetzt kannst du einmachen, mein Ömmi. Ui, da ist er schon wieder draußen. Warte, warte, warte. So. Upsi, nochmal. So, jetzt ganz vorsichtig. Ei. Nochmal. Magst du Ömmi noch ein Küsschen geben? Ui, ist er schon wieder weg. Ui. Na komm. Dann warten wir nochmal, bis er nochmal da ist. Ups. Jetzt sitzt er auf meinem Auge. Ja. Komm her. Jetzt kannst du Ömmi noch ein kleines Küsschen geben. Ganz vorsichtig. Ups. Ein schnelles Ömmi. Nochmal probieren. Ja. Ups. Ups. Da, da ist er. Ui, und wieder weg. Ne, Ömmi möchte heute kein Küsschen haben. Vielleicht morgen, Ömmi. Ne? Ups. 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 Vielen Dank.